Servus, ich bin der Benjamin Ittmüller, bin Radsportler aus Schechen in Oberbayern. Ich fahre seit drei Jahren für das österreichische Conti-Team Gebrüder Weiß-Oberndorfer und wir fahren hauptsächlich Eintages- und Etappenrennen in Europa und Asien. Das bringt natürlich mit sich, dass wir als Sportler extrem viel auf Reisen sind und eigentlich nie genau wissen, in welchem Hotelzimmer wir am Abend liegen werden. Darum bin ich froh, dass ich seit etwa einem halben Jahr Kontakt zur ZTS-Technologie habe und da im Speziellen auf die ZTS MediPad-Matte vertrauen kann, weil egal ob daheim nach einem harten Training oder irgendwo auf der Welt, nach einem harten Wettkampftag, hilft dir einfach, dass man schnell wieder runterkommt, dass man einen erholsamen Schlaf hat und dadurch einfach perfekt regenerieren kann. Ich kann es also nur jedem raten, dass er es einfach selber mal ausprobiert und sich sein Eigensbeutel zu der Thematik macht. Bewertet Voigt Musik 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 Musik